Das ist assi. Das ist heftig. Das ist assi. Heftig? Assi. Heftig assi. Assi und nicht geil. Anime-Fan, es ist nicht geil. Ich bin geil. Das wollten wir jetzt alle wissen. Nein! Ein Kroker-Schuss! Da geht die Pricke in den Roten. Die Apocalypse. Und jetzt geht's los, Freunde. Ich sag, Entchen schafft vielleicht in drei Punkten. Entchen müsste mal auf bereit drücken. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Wow. So, Freunde. Lass uns mal gespannt, was uns der gute Apfelkuchen gebaut hat. Oh, die auffällt sich schon sehr interessant aus. Ja, moin. Ja, ist klar. Ja, auf dem Emshi drauf. In Stangenelemente. Ja. Map ist vorbei. GG. GG. Oh, ich glaub, wir hätten vielleicht einen Kick. Nein, hm. Ah, ich bin am Stangenelement abgebreit. Was kommt da noch alles? Den Emshi hab ich getroffen. Wow. Ah, aber das kriegen wir in, das kriegen wir in, Freunde. Wow, wow. Hm. Aber wo müssen wir hin bei den Stangenelementen? Das hab ich jetzt noch nicht gesehen. Na oben, so wie's aussieht. Nein! In der Mitte vom Stangenelement abgebreitet. Ich muss mich mal angucken, Freunde. Äh, die Mütze, um genau zu sein. Dort geht's. Toll, ich war in der Mitte. Da geht eine Emshi weiter. Okay, Freunde, das kriegen wir hin. Nur in die Mitte, das heißt, das ist noch machbar. Man muss nicht mehr ganz oben ziehen. Ich fühle mich so schwer aus der Spiral auf den Emshi da drauf zu kommen, komischerweise. Hm. Geht. Geht. Geht schon verkackt, genau wie ich, Alter. Wow. Äh, der Punkt ist hin. Oh, ich hab grad den Punkt gesehen. Alter, Apfelkuchen, ne? Kackersack, ey. Und das als erster Punkt, Apfelkuchen, das ist geil. Ja, okay, man muss drei Etagen hoch. Boah. Das Problem ist, der kommt grad sehr schnell auf vom Emshi. Oh, Junge. Ich dropp da immer extrem. Ja, ähm. Überdreht. Okay, aber es geht auch nur mal. Okay. Ist das ein Emshi-Sommerkind-Flip, was da erst kommt? Ähm, ich mach mal wieder Pro-Fucking-Andreas, ne? Ja. 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 Aber sowas von nice. Er wäre mal wieder neidisch. Ja. Ja, Moin. Ja, es ist ein Emshi-Sommerkind. Und ich kann von hier aus... Da kommt der Punkt. Ist machbar, aber heftig. Es bricht zwei Etagen nach oben. Also fällt das bei der Mapbewertung vor nur unter einer Hardcore-Mapbewertung. Ja. Das heißt, wir werden die Map auch Hardcore bewerten beim Freund. Allein für die FRECHHEIT, ne? Apfelkuchen. Ab, wie was immer, Ares schafft es nicht? Oder Ares für Glück oder sowas? Weiß jetzt nicht mehr. Und dass er sich bei mir nicht ganz so sicher wäre. Ja, okay. Dass es für dich machbar wäre, bei mir ist er nicht so ganz sicher. Weißt du welch? Wir haben in diesem Moment nur 8 Punkte. Ich überdrehe momentan immer bei der Auffahrt. Was ist mein Problem noch? Ich find's auch... Okay, man kann nicht von unten auffahren. Du musst das mit der Spirale auffahren. Ja. Mhm. War grad so mein Test für Noobs. Oh. Ey, hallo? Alter. Ah, ich verpeil's immer zu früh, wieder nach oben zu tippeln. Oh, ja. Oh, fuck. Vor allen Dingen, das ist ne Kochscher, Emschi. Ich dachte, ich muss länger fahren und... Das ist böse, Apfelkuchen. Mhm. So, die Kamerasicht. Nein! Boah! Heftig! Das ist ne amtliche Nummer hier. Oh, lol! Ein Emschi-Flip! Haben wir doch gesagt! Ich würd sagen, die freut uns nicht zu, Freunde! Wow! Wow! Oh, da hab ich mich grad so gefeiert, dass ich da dran war. Ich war auch schon mal da dran, aber das ist ein sehr kurzer Emschi. Das ist richtig kurz, du musst ja direkt irgendwie wieder raus, ne? Und du siehst halt auch nichts. Ja. Das ist Assi. Das ist heftig. Das ist Assi. Heftig. Assi. Heftig Assi. Assi und nicht geil. Anime-Fan, es ist nicht geil. Ich bin geil. Wow! Das wollten wir jetzt alle wissen. Nein! Haha! Die Kroker-Schuss! Da geht die Pricken-Herotik flöten. Irgendwann später. Boah! Nein, andersrum! Oh! Das ist so ein böser Punkt. Wow! 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 Finally! Uh! Nein, andersrum! Oh! Ein bisschen rückwärts. Das war es jetzt wirklich komplett. Wow! Tote! Das musst du auch nicht mehr an, was hier los ist, Aris. Du musst erst ganz genau fahren und der ist sehr holprig. Tschüss Aris. Was? Du musst rückwärts da rein, oder was? Ist das dein... Ist das jetzt real, oder? Der hat mir nicht zugehört. Fahr vorwärts rein, du darfst nicht in die Bremse reinfahren. Hä? Warum kommst du da nicht durch diese Dinger durch? Weil ich sag dir, ich brauche irgendwie immer einen Tick schräg. Okay. 21 Minuten und ich habe nicht einmal den Flip geschafft. Alter! Ich würde hier gerne mal... Ich muss mal probieren. Ich hoffe, dass da einfach keine... Alter! Ah, jetzt ist diese nervige Ente hier. Dann hat man den schlechten Spawnpunkt. Wow! Wow! Die nervige Ente, Freunde. Kennt ihr die? Ähm... Ah, Junge! Oh! Haha! Die Container so überflüssig wie Fußpilz. Uh! Wow! Da links abgesprungen. Lecker! Nein! Wieder den Flip verkackt. Ich check's nicht. Ei, 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 ei. Ich check nicht, wann ich da raus muss. Ich weiß nicht, ob das so ein Headshot war, aber ich bin in der Typ drin. Nein! Ich hatte den Flip! Ich vollidiot! Oh! Wow! Ich bin so ein Trottel! Wo ist die Ausfahrt? Wo ist die Ausfahrt? Wo ist die... Ah! Andere! Okay! Ich bin ein Bein in der Trottel! Und Aris? Die Ausfahrt oben ist auch in der Bremse drin. Du musst komplett rückwärts das alles fahren. Mhm! Okay! Oh nein! Hell! Ich hoffe, dass da oben jetzt nichts auf der Spirale kommt. Hindernisse oder sowas. Ich weiß gar nicht, Freunde. Ich weiß gar nicht, Freunde. Profi! Haben Sie Ihr Handy nicht auf Lautlos? Wir haben ja... Entchen! Oh! 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 Ich bin ein bisschen Sidio. Hm-hmm! Neeeein! Hey! Das ist tricky Disco, alter! Ja! Das ist richtig hairy hairy! wenn ich dann komm überdreht es mich ja das war mein problem noch alter und dieser spornpunkt gerade fahre geht ja ja das ist leider ein tick nach links ausgerichtet die frage leute will natürlich hey bist du der tube oder was ja ich fang auf youtube das problem ist du musst dich in der tube umdrehen dann vorwärtsschlagen lassen und dann wieder umdrehen die spirale die diese auch wieder eine bremse drauf genauso ausgerichtet wie musst du das sehen wenn du jemals hinkommst das ist wieder heftig sprung drin die aussage wenn du hier jemals hinkommst ja das ist ja gefährlich arrogant ich will der allerbeste sein die geiler von mir war ab für gut ist einfach krank das ist gar nicht aufgefallen ok mschi container wo ist der punkt also wenn ich hier noch zehn minuten länger hänge habe ich keinen bock mehr auf sprung nur mal so nebenbei ich wollte sagen gib mir eine sprung map ja ich wollte es sich einspielen sonst heute wieder rum ja die punkte sind alle interessant aber machbar die kucker wir haben dich aber lieb denkt dran merke ich schatz ich liebe dich ich habe die map nicht rausgesucht die punkte werden einfach so wie es aussieht was ist klar freunde habt ihr gehört der schrei der verzweiflung wo genau hast du verkehrt nach dem flip die auffahrt auf den großen morgert kante gefressen und schon wieder also jetzt konnte ich gleich ein dreieck im kreis klingt eklig ja naja jetzt komme ich hoch genug aber ich bin nicht gerade auf sich leck mich doch das war vor allem dann habe ich wieder so einen try wo ich endlich mal den flip schaffe und danach komme ich erstmal 180 jahren nicht mehr in das stangenelement rein ja ich sag dir das war wirklich fies also das problem ist reinzukommen ok und wenn ich drin bin fresse ich die erste stange schmeckt die lecker oder eher käsig habe ich dir eigentlich das käse video geschickt anime fan ich glaube nicht ich möchte auch gar nicht haben wenn du mich so fragst hey das ist einfach nur japanische käse produktion mehr ist es nicht ich glaube wenn ich die kugel da höre oh mein gott mein magen dreht sich gerade ich merke das wow sagst du du hast mich gestern im live stream von anime fan fast im kotzen gebracht ne ich sag nur so anime fan hat gesagt er kackt ihm gleich irgendwo rein ja aber dann hast du da noch was von zwei mädels und zum becher da reingeschrieben und das war doch ziemlich eklig wow ich will doch nur dahin jetzt 2000 jahre später oder du musst da schnell erfahren ich werde es gleich nochmal sehen ich hoffe ich komme da jetzt immer hin was ist immer so ein film da hin zu kommen ersten sommerkind auf gleicher höhe die kleinen dinger was schon ekelhaft ist dann einmal unten gerichteter sommerkind wo ich leider auch manchmal gar nicht mit mir gerade im moment dann fährst du den emschen in den tube rein und musst dich umdrehen lassen und dann fährst du den emschen da rutscht dauernd ab klingt haarig ich raste hier gleich aus gleich? du rastest du schon aus also ganz ehrlich ich hab schon wieder meine spirale verkackt also du bist schnell ich hoffe dass das dann klappt freunde so jetzt sind wir wieder hier rückwärts fahren wir jetzt müssen uns vorwärts schlagen lassen wo ist der aussortierer da ist der aussortierer so gedreht da ist wo ist die ausfahrt da ist die ausfahrt erst einmal nach unten fahren runter ja schnell raus fahren war der die lösungsansatz wieviel punkte hast du noch? sprachen lernen bubble ah klappe sprachen lernen bubble wenn du nochmal an so einer challenge her bist dann kriegst du aussortierliche sprüche und ab wow wow ich hänge immer noch seit 52 minuten hier was jetzt? was jetzt? was jetzt? ey abgekommt das ist doch nicht dein verfickter ernst das ging punktabzug hundertprozentig ich weiß jetzt schon wie mein thumbnail aussehen wird ich habe ja nicht den container am wallreiz aber der hat den container auf den köpf gesetzt hm und probier da mal dann gerade durchzukommen aris how? ei 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 Apfelkuchen nee das ist böse du hättest unverhältnismäß container ist kein problem man kann das ja aber auf den körper wo du keine kontrolle hast wow wow oh alter es ist alter ich kriege euch scheiß nicht ich schwörs euch ey nein jetzt überdreht er hier wieder also jetzt äh ja lego karte alter 4 geduld nachfragen alter 4 moment job verlassen habe ich mich drückt äh ist alter 4 ich habe keinen bock wegen so einer scheiße gta neu starten zu müssen ja ne ich gebe ihm auch noch 2 3 2 also Apfelkuchen ich muss ganz ehrlich sagen dein Arsch stört mir nein jetzt aah ich hasse die nach unten ooooh ich hasse die einfach oh das wäre der goldene 2 alter das habe ich so premium gerettet so jetzt wieder nach unten jetzt haben wir uns gerettet jetzt mschi rasiert mich jetzt nicht mschi geht doch jetzt müssen wir uns wieder drehen geschafft ne so jetzt 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 wo ist der Außertierer da ist der Außertierer Apfelkuchen leider kann ich dir keine punkte geben das ist für mich ein alter 4 map weil wenn man da schon schwierige punkte hat und nicht vorwärts kommt und weil unsauber gebaut ist scheiße siehst du mit Sicherheit auch an deswegen gebe ich dir halt äh für ne Map Bewertung keine punkte die Ansätze sind saugeil mein Freund viele geile Ansätze bei ja aber leider bei der Umsetzung da hapert es dann an einigen Stellen noch bitte einmal drüber arbeiten dann schaue ich mir die Map gerne nochmal an mir geht es nicht um ne Schwierigkeitsgrad mir geht es darum wenn du aus der Tube kommst und dann ne Spirale rückwärts haben musst dann muss die sauber sitzen sonst haltierst du die Traktion des Todes gut ein Moment Aris ich will der allerbeste sein wie keiner von mir war passt es dann erster Platz richtig verdient erster Platz richtig verdient gut ja absolut gut ich kann dir Punkte geben die Map war geil die Schwierigkeit war hart nur halt die Unsauberkeiten müssen wir leider fast hier abziehen ich geb 8,5 Punkte seit wann machen wir Komma ok 9 Punkte dann rufe ich unten nicht auf 9 Punkte weil die Unsauberkeiten sonst wäre es nicht gewesen aber die Unsauberkeiten keine Unsauberkeiten trotzdem geile mich brauchst du gar nicht erst fragen ja gut Leute dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und noch einen wunderschönen Tag Ciao 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 Tschau!